Dakshinangri Pavanamuktasana Die blähungsentfernende Stellung mit dem rechten Bein. Vishnu Prema zeigt, wie es geht. Ausgangsposition ist der Fersensitz. Von hier setzt du dich links neben die Fersen und gibst dann den rechten Fuß neben den Oberschenkel ähnlich wie du es vielleicht kennst vom Drehsitz außer dass der Fuß jetzt mehr am Oberschenkel ist und nicht neben dem Knie. Und dann gibst du die Arme um das Knie herum und ziehst das Bein zu dir hin. Du bemühst dich die Wirbelsäule aufrecht zu halten und atmest tief ein und aus. Dakshina heißt rechts Angri heißt unter anderem Fuß und Pavana ist Wind, Luft und Mukta heißt befreien. Und diese Stellung gehört wie viele andere Stellungen zu den Asanas, welche Blähungen beseitigen. Aber was noch wichtiger ist sie helfen das Prana im Bauch zu harmonisieren und damit die Verdauung zu fördern. Viele Pavana Mukta Sanas findest du auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de Drehsitz